Roulette Roulette Fonds sucht Finanzakquisiteure Fondsverkäufer Wir sind der weltweit erste und auch finanzstärkste Roulette und Poker Fonds, gegründet im Jahre 1999 und suchen sie als Mitarbeiter. Mit einem derzeitigen Anlagevermögen von etwa 4 Millionen Euro und einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von etwa 15% sind wir sehr gut am Markt positioniert. Wir wollen weiter expandieren und suchen dafür Mitarbeiter zur Fondsakquisition, entweder als freie Mitarbeiter oder im festen Angestelltenverhältnis. Es wäre sehr von Vorteil, wenn Sie bereits Erfahrung in der Finanzbranche hätten, und dazu brauchen Sie kein Roulette-Spieler zu sein. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir um Ihre Bewerbung mit der Angabe, ob Sie als freier Mitarbeiter gegen attraktive Provision oder als festangestellter Mitarbeiter mit Gehalt und einem Dienstwagen Ihre Tätigkeit für uns antreten wollen. Dazu erbitten wir Angaben über Ihr Background sowie Ihre Einkommensvorstellungen. Sie können uns Ihre Bewerbung auch per Fax oder telefonisch zusenden, dafür haben wir extra eine Nummer eingerichtet unter Deutschland 03222-2445263. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Mknamie Personalberatung Kennwort Selmkensiro Olette Fonds I Wir sind der weltweit erste und auch finanzstärkste Roulette und Pokerfonds, gegründet im Jahre 1999 und suchen Sie als Mitarbeiter. Mit einem derzeitigem Anlagevermögen von etwa 4 Millionen Euro und einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von etwa 15 Prozent sind wir sehr gut am Markt positioniert. Wir wollen weiter expandieren und suchen dafür Mitarbeiter zur Fondsakquisition, entweder als freie Mitarbeiter oder im festen Angestelltenverhältnis. Es wäre sehr von Vorteil, wenn Sie bereits Erfahrung in der Finanzbranche hätten, und dazu brauchen Sie kein Roulette-Spieler zu sein. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir um Ihre Bewerbung mit der Angabe, ob Sie als freier Mitarbeiter gegen attraktive Provision oder als festangestellter Mitarbeiter mit Gehalt und einem Dienstwagen Ihre Tätigkeit für uns antreten wollen. Dazu erbitten wir Angaben über Ihr Background sowie Ihre Einkommensvorstellungen. Sie können uns Ihre Bewerbung auch per Fax oder telefonisch zusenden, dafür haben wir extra eine Nummer eingerichtet unter Deutschland 03 222 2445 263 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Mknamie Personalberatung Kennwort Selmkensi Roulette Fonds i Kalins Street 400-2 3009 Melbourne, Australia Roulette-Roulette Fonds sucht Finanzakvisiteure Fondsverkäufer Wir sind der weltweit erste und auch finanzstärkste Roulette und Poker Fonds, gegründet im Jahre 1999 und suchen Sie als Mitarbeiter. Mit einem derzeitigem Anlagevermögen von etwa 4 Millionen Euro und einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von etwa 15% sind wir sehr gut am Markt positioniert. Wir wollen weiter expandieren und suchen dafür Mitarbeiter zur Fondsakquisition, entweder als freie Mitarbeiter oder im festen Angestelltenverhältnis. Es wäre sehr von Vorteil, wenn Sie bereits Erfahrung in der Finanzbranche hätten, und dazu brauchen Sie kein Roulette-Spieler zu sein. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir um Ihre Bewerbung mit der Angabe, ob Sie als freier Mitarbeiter gegen attraktive Provision oder als festangestellter Mitarbeiter mit Gehalt und einem Dienstwagen Ihre Tätigkeit für uns antreten wollen. Dazu erbitten wir Angaben über Ihr Background sowie Ihre Einkommensvorstellungen. Sie können uns Ihre Bewerbung auch per Fax, oder telefonisch, zusenden, dafür haben wir extra eine Nummer eingerichtet unter Deutschland 03 222 2445 263 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Mknami Personalberatung Kennwort, Selm Kenzi Roulette Fonds I Kalins Street 400-2, 3009 Melbourne, Australia Roulette-Roulette Fonds sucht Finanzakquisiteure Fondsverkäufer Wir sind der weltweit erste und auch finanzstärkste Roulette und Pokerfonds, gegründet im Jahre 1999 und suchen Sie als Mitarbeiter. Mit einem derzeitigen Anlagevermögen von etwa 4 Millionen Euro und einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von etwa 15% sind wir sehr gut am Markt positioniert. Wir wollen weiter expandieren und suchen dafür Mitarbeiter zur Fondsakquisition, entweder als freie Mitarbeiter oder im festen Angestelltenverhältnis. Es wäre sehr von Vorteil, wenn Sie bereits Erfahrung in der Finanzbranche hätten, und dazu brauchen Sie kein Roulette-Spieler zu sein. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir um Ihre Bewerbung mit der Angabe, ob Sie als freier Mitarbeiter gegen attraktive Provision oder als festangestellter Mitarbeiter mit Gehalt und einem Dienstwagen Ihre Tätigkeit für uns antreten wollen. Dazu erbitten wir Angaben über Ihr Background sowie Ihre Einkommensvorstellungen. Sie können uns Ihre Bewerbung auch per Fax, oder telefonisch, zusenden, dafür haben wir extra eine Nummer eingerichtet unter Deutschland 03 222 2445 263 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Mknami Personalberatung Kennwort, Selmkensiro Oulette V.I. Kalins Street 400-2, 3009 Melbourne, Australia Selmkensiro Oulette V.I. Kalins Street 400-2, 3009 Melbourne, Australia Selmkensiro Oulette Vekacer Kleine messenger instinct,他說 소리 an, Announcer V.I. Kalinsstra But, also on Påla, Nilou pars sirp. Markt hinaus,